Ich habe dein Design für das Bärenfell. Oh, das wird dein wahres Ich zum Vorschein bringen, Ajay. Es ist grob und etwas einfältig, aber es ist ein Geschöpf aus den Bergen, voll grimmiger Grimmigkeit. Äh, danke? Ich glaube, ich habe mich selbst noch nie in einem Bären gesehen. Das tut man nie. Manchmal passiert es einfach. Du findest eine Beute in einer Höhle bei einer alten Hütte. Sei grimmisch und gute Jagd. Hey, könnt ihr mich hören? Wie wäre es jetzt? Ich wette, es klappt. Ich wette, ihr könnt mich hören. Und wisst ihr auch warum? Ich sag's euch. Weil Ajay Gay, der MVP vom Goldenen Pfad, alle Glockentürme in Kürat befreit hat. Und das bedeutet, dass euer Rabbi Ray Runner das erste Mal in der Geschichte der größte Radio-DJ des Landes ist. Was habe ich dir gesagt, Ryan Seacrest? Ich komme, und zwar ein Land nach dem anderen. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. 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 Ich komme, 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 ich komme. Und die Welt wartet, voll atemloser Spannung, auf die Präsentation von Krieg Couture. Die Welt wartet, voll atemloser Spannung, auf die Präsentation von Krieg Couture.